hallo leute willkommen zu einem random video ja ich freue mich dass ich das video noch aufnehmen kann obwohl ich sehr sehr krank bin doch aber ich kann zumindest wieder aufstehen und ich kann meinem vater wieder helfen heute wie ihr es euch schon wie ihr grad schon gesehen habt spiele ich gerade pokémon omega rubin und da gibt es ein gossip katschuh also sieht echt krank aus alles da möchte ich euch jetzt aber kurz diese kostüme zeigen alle alle kenne ich auch noch nicht das heißt es kann sein dass ich bei los nach hier oder würde ich mal sagen ich hoffe ihr seht das einigermaßen gut ich nehme es gerade wieder mit der hd-webkammer auf die muss vielleicht noch ein bisschen nach rennen und würde ich mal sagen wir schauen uns das an dann würde der kostüm vielleicht wieder anders schlüpfen ja natürlich geht äh ganz schön mit dem kostüm ausstrahlen was soll es ausstrahlen cool das jetzt kommt das gossip pikachu erst einmal so sieht es aus ton musste ich jetzt leider ausmachen weil ich sonst kopiere ein probleme kriegen könnte könnte es gut war es geht jetzt doch etwas besser mit dem video aufnehmen so ja ich hab's mitgenommen ja du kannst das kett des pikachu übrigens bekommen wenn es ihr mit einem anderen pokémon zur wettkampf karte wird der wettkampf karte erworben habt von irgendeinem typ dann in das pokémon schönheit trainings wettbewerbsdings da rein geht und es ist die was jetzt da steht so begeistert dass ihr euch da pikachos schenkt sie sagt zwar nicht direkt aber gut sie schenkt es euch sie schenkt euch auf jeden fall ja jetzt kommt das schönheits pikachu also schönheit oh man sieht es euch das pikachu mal an oh man pikachu oh man wie können die pikachu nur sowas von verunsched halten hey da tut mir pikachu schon leid oh oh übrigens die kostüme hat dann pikachu auch im kampf an gegen wilde und gegen drei wilde pokémon und trainer pokémon ja ich habe es mir gibt noch kein hört könnte über springen irgendwie ja jetzt kommt putzigkeit oh man, das weibliche pikachu liebes kuss, oh je also er lernt immer wieder die passenden attacken dazu ja, schön, eigentlich habe ich das Schönheits-Pikachu mitgebracht, aber auch egal jetzt kommt die Klugheit freudestrahlend umgezogen das ist eine Anspielung auf Flucht der Karibike kennst du das? oh man oh Gott ich lache mich innerlich schon wieder tot ja, da kann ich jetzt nicht schnäuzen, weil wenn ich das jetzt wenn ich jetzt mal Handy, mal Ding net, so der ist net so halt, dann könnt sie das dann halte ich es vielleicht wieder falsch rum ja und jetzt kommt die Premiere kommt das, was ich überhaupt noch nie ausprobiert habe Stärke soll stärken oh erinnert euch das nicht auch an Smackdown? oh Gott was machen die mit pikachu, hey das Outfit lasse ich jetzt an, das sieht zu durchgeknallt aus was? flying press, was ist denn das für eine Attacke, hey ja, ich sag tschüss und bis zum nächsten Video von mit mir bye bye oh scheiße das ist doch so geil bye 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 bye